Wir operieren die meisten Patienten hier in Solothurn ambulant stationär. Das heisst, dass Patienten direkt am Tag der Operation eintreten, und zwar auf der Tagesklinik ab der halben Sitten am Morgen bis am Nachmittag. Je nachdem, wann die Operation stattfindet, wird der Patient früher oder später eintreten. Die Patienten kommen dann hier rein und sich bei der Anmeldung der Tagesklinik anmelden. Hier werden die letzten Fragen geklärt und dann wird der Patient die Koje begleitet. Ich zeige euch den Schrank, der kommt dann auf die Abteilung. Ihr dürft alle Sachen hier rein tun, die Wärtsachen gerne, wie das kleine Schränkchen. Vor jeder Operation wird der Patient vom Team begrüsst. Es werden nur eine letzte Frage beantwortet und Unklarheit erklärt. Jetzt sind wir hier im Aufwachraum. Hier visitieren wir die Patienten nach der Operation. Ich erkläre ihnen, wie es gegangen ist und mache eine letzte Check, bevor sie nachher auf die Abteilung fliegen.